Microsoft macht ernst. Ein Tag nachdem Google bekannt gegeben hat, dass das eigene AI-Tool BART schon bald verfügbar sein wird, integriert auch Microsoft eine eigene Chat-Funktion in Bing und macht weitere vielversprechende Ankündigungen. Im Rahmen eines Spezial-Events hat Microsoft am 7.02. ihre Vision der neuen User Experience für die Benutzung des Internets vorgestellt. Konkret gibt es zwei spannende Ankündigungen. Zum einen die erwartete Integration eines Chat-Bots in die Suche von Bing. Für komplexe Suchanfragen kann man jetzt einen Chat, ähnlich wie den von ChatGPT, nutzen und im Dialog mit einer künstlichen Intelligenz arbeiten. Dabei kann der Bot auch mit kreativen Aufgaben helfen, zum Beispiel E-Mails schreiben, Reiseplanungen erstellen und all das auch mit Quellen und Links zu mehr Informationen erweitern. Die zweite Neuerung ist im Edge-Browser selbst versteckt. Hier soll es mit Chat und Compose zwei mächtige Features geben, die ständig verfügbar sind, wenn man mit dem Microsoft-Browser im Internet unterwegs ist. In der Sidebar hat man jederzeit Zugriff auf die AI, kann sie beispielsweise um eine Zusammenfassung der aktuellen Website bitten oder die Daten mit etwas anderem vergleichen. Neben dieser Chat-Funktion gibt es Compose, das in der Ankündigung mit einem Screenshot von LinkedIn demonstriert wurde. Hier hat man wohl die Möglichkeit, einen Text zu generieren, zum Beispiel den angesprochenen LinkedIn-Beitrag. Und dabei kann man dann auch einige Einstellungen machen, also wie lang oder professionell das Ganze sein soll. Gerade diese Browser-Features klingen einfach sehr interessant und wir sind gespannt, wie gut das dann in der Praxis funktionieren wird. Aber welcher Chatbot steckt jetzt denn genau hinter der Suchmaschine und den angesprochenen Features? Im Vorfeld wurde ja immer viel über eine mögliche Jet-GPT-Integration gesprochen. Microsoft hat jetzt aber angekündigt, dass es sich um ein neues, riesiges Sprachmodell von OpenAI handelt, das besser als Jet-GPT, GPT-3 und GPT-3.5 sein soll. Die zuvor vermutete Beschreibung GPT-4 wurde allerdings ebenfalls nicht vermittelt. Stattdessen wurde als Name des Modells Prometheus genannt. Ein weiterer entscheidender Unterschied zu Jet-GPT ist, dass das Tool, stand jetzt, kostenfrei genutzt werden kann. Noch ist nicht eindeutig klar, ob es letztendlich nur Personen mit einem Microsoft-Account nutzen können oder die Tools für alle frei zugänglich sein werden. Unsere persönliche Einschätzung ist aber eher zweiteres, da Microsoft nur so zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im Suchmaschinengeschäft für Google werden kann. Und das ist auch laut dem Artikel von Microsoft zum Thema dieses Projekts einfach das Ziel. Man möchte nicht etwa den besten Jet-Bot der Welt anbieten, sondern man möchte ganzheitlich die Nutzererfahrung der Online-Suche verändern. Durch das Verbinden von klassischen Suchanfragen und der Option, die Ergebnisse mit einer KI zu besprechen, eröffnen sich unfassbare Möglichkeiten. Aktuell ist der Bot in der Demo-Phase. Das bedeutet, dass wir nur eingeschränkt Beispiele angezeigt bekommen. Allerdings kann man sich schon jetzt, anders als bei Google, auch als Normalo auf die Warteliste setzen lassen und so womöglich etwas früher Zugriff auf das Tool bekommen. Microsoft verspricht, dass der Zugriff für die Wartenden bereits in den nächsten Wochen erfolgen wird. Die Beispiele sind ab sofort verfügbar, sodass sich jede und jeder ganz einfach ein Bild davon machen kann, wie das schlussendlich aussehen wird. Alles, was man dafür tun muss, ist auf bing.com gehen und dort findet man dann die Beispiele. Dann sieht man diese Kacheln und kann einfach und schnell schauen, was der Bot mit diesen Aufforderungen so machen kann. Einfach etwas anklicken und schon wird die Antwort erzeugt. Die Beispiele, die aktuell ausgewählt wurden, sind recht vielschichtig und reichen vom Plan einer Dinner-Party bis hin zur Programmierung der Fibonacci-Folge in Python. Die Möglichkeit, eigene Inhalte erstellen zu lassen, haben wir in der Praxis leider noch nicht testen können, werden euch aber natürlich auch hier auf dem Laufenden halten, sobald wir Zugriff auf dieses Tool haben. Sadia Nadella, der CEO von Microsoft, hat es selbst auf der Konferenz gesagt. Also, das Rennen um die Suche und die beste Integration von AI für die User hat begonnen und Microsoft macht klar, dass sie nicht mit angezogener Handbremse agieren werden. Nach der Ankündigung von Google, ihren Chatbot Bart zu starten, kommt also nur einen Tag später direkt der nächste Paukenschlag. JetGPT war also schon eine Art Trigger und der Bot hat eine ganze Welle von Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz ausgelöst. Und diese rutscht immer mehr in die breite Öffentlichkeit. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergehen wird und vor allem, wie sich die neuen Chatbots der Tech-Riesen schlagen werden. Den Link zur Warteliste von Microsoft haben wir euch in die Beschreibung des Videos gepackt. Dort findet ihr auch noch einige weitere Beispiele. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like und wenn du nichts Wichtiges mehr verpassen willst über AI oder andere spannende Themen aus der digitalen Welt, dann abonniere am besten unseren Kanal. Und dann abonniere am besten. Und dann abonniere am besten. Und dann abonniere am besten. Vielen Dank.